Hast du gerade neu angefangen zu dampfen und all deine Kumpels, die dampfen, schmeißen mit Begriffen um sich? Oder der erste Besuch im Dampfer-Shop war eine absolute Vollkatastrophe, weil nur Begriffe gefallen sind, von denen du absolut keine Ahnung hattest? Du standest in Bern und hast dir gedacht, what? Dann darfst du dieses Video jetzt auf keinen Fall verpassen. Gehen wir mal bitte einen vollen 18650er. Der hier hat mir schon wieder zu wenig Soft bei meinen geregelten Arte. Es kommt schon fast kein Dampf mehr aus meinem Dual-Qual-gewickelten Arte. Was zur Hölle ist ein 18650er? Als 18650er bezeichnet man einfach nur Akkus. Nur die wenigsten Dampfer verwenden wirklich den vollen Namen Sony Konian VTC 5A. Das sagt kein Mensch mehr. Jeder sagt einfach nur 18650er. Ja, warum denn dann nicht einfach nur Akku dazu sagen? Warum muss man da 18650er sagen? Es gibt einfach mehr Akkus als 18650er, mit denen Akku betrieben wird. Manche Akkuträger laufen mit 20700er, mit 21700er oder sogar mit 26650er Akkus. Und wie der Name von den Akkus zustande kommt, ist wirklich ganz einfach zu erklären. Und man kann sich das auch richtig gut merken. Bei einem 18650er haben wir einen Durchmesser von 18 Millimeter. Wir haben eine Länge von 65 Millimeter und die 0 bedeutet einfach nur die runde Bauform. Ist also bei allen Akkus gleich. Geregelter AT? AT ist einfach nur eine Abkürzung für Akkuträger. Ganz viele Leute bezeichnen es auch als Boxmord, als Mord, als Box, als Dampfe, als Fluppe, als Pfeife. Da gibt es wirklich ganz viele Begriffe, wie die Leute es hier in Akkuträgern sagen. Ja und was ist jetzt ein geregelter Akkuträger? Ein geregelter Akkuträger ist ein Akkuträger, bei dem Volt, Watt und Temperatur vom Bediener selbst eingestellt werden können. Zusätzlich verfügen geregelte Akkuträger über sämtliche Schutzfunktionen. Und die Dampfleistung eures Verdampfers bleibt gleich. Egal ob ihr jetzt gerade einen vollen Akku eingelegt habt oder ein Akku, der halb leer ist. Anders sieht es aber bei ungeregelten Akkuträgern aus. Das sogenannte mechanische Dampfen. Da merkt man wirklich sofort, sobald die Akkuleistung nachlässt. Weniger Akkuleistung, weniger Leistung auf dem Verdampfer ist gleich weniger Dampf. Oder wie man auch so schön sagt, es ballert einfach nicht mehr so extrem. Dualcoil? Als Dualcoil bezeichnet man einfach nur einen Verdampfer, der mit zwei Coils, also Heizdräten, gewickelt wird. Durch die größere Oberfläche, die man hier hat, kriegt man meistens mehr Dampf und mehr Geschmack raus als bei einem Singlecoiler. Als Dualcoil bezeichnet man einfach einen Verdampfer, der mit zwei Coils, also sprich Heizdräten, gewickelt wird. Durch die größere Oberfläche hat man meistens mehr Dampf und mehr Geschmack als bei einem Singlecoiler. Aber logischerweise hat man bei einem Dualcoiler viel mehr Liquid- und Akkuverbrauch als bei einem Singlecoiler. Denn ihr müsst rechnen, alles mal zwei. RTA? GTA? Ist das ein Spiel oder was? Das R steht für Rebuildable. Was so viel wie Wiederaufbaubar bedeutet. Das T steht für Tank und das A für Atomizer. Aber ich würde sagen, das klingt immer noch nicht sehr logisch, oder? Einfacher ausgedrückt ist ein RTA einfach ein Selbstwickelverdampfer. Ihr müsst ihn quasi selbst wickeln, wie der Name schon sagt. Ihr könnt da keine Fertigcoils einbauen, sondern ihr müsst wirklich die Coils selber einbauen und die Watte einziehen. RDA? Ein RDA ist ein Verdampfer, der keinen zusätzlichen Tank beinhaltet. Hier steht es D für Dripping oder Dripper, also irgendwas reindrücken. Bei einem RDA, auch Tröpfler genannt, muss man einfach je nachdem, wie groß die verbaute Liquidwanne ist, alle paar Züge neues Liquid nachtröpfeln. Dann gibt es noch einen RDTA. Ein RDTA ist ein Verdampfer, bei dem der Liquid Tank unter der Wicklung liegt. Also sprich, man muss die Watte von oben nach unten in den Liquid Tank legen. Manche RDTAs haben sogar den Vorteil, dass man sie als Tröpfler verwenden kann, was aber definitiv nicht bei allen RDTAs so ist. Es gibt sogar noch ein RBA. Beim RDA steht das B für Basis oder für Base. Je nach Lust und Laune schreibt man einfach die Base rein oder raus. Und wie man gerade lustig ist, entweder ein Fertigcoller rein oder man wickelt das gute Stück selber. Noch was von dem High Vigie Juice? Ich stehe kurz vorm Dryhit, ernsthaft. Durch die Botten-Airflasifte fahre wahnsinnig schnell, wenn man durchs Drip-Tipp zu viel Premium Liquid drippt. What? High Vigie Juice? What? Juice oder Saft ist einfach nur ein anderes Wort für Liquid. Das High Vigie steht einfach nur für die Zusammensetzung des Liquids. Es gibt wirklich zahlreiche Zusammensetzungen von Vigie und von Pigie. Es gibt 100 Vigie, 80-20, 70-30, 50-50 und, 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 und. Je mehr Vigie in dem Liquid enthalten ist, desto dichter wird auch der Dampf. Da muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, welche Base und welches Liquid ihm am besten taugt. Aber natürlich ist es auch eine Frage, welchen Verdampfer nutzt ihr denn? Habt ihr Verdampfer mit wahnsinnig kleinen Liquid-Schlitzen? Also Liquid-Schlitze bedeutet einfach nur die Öffnung, wo euer Liquid durch muss, um an die Watte und an die Kohl zu gelangen. Manchmal, wenn die Liquid-Schlitze nämlich relativ klein sind, kann es ganz schnell zu einem Liquid-Nachfluss-Problem führen, wenn man eine 80-20 oder sogar ein 100 Vigie-Liquid hat. Denn je mehr Vigie in einem Liquid enthalten ist, desto zähflüssiger wird auch das Liquid. Dry Hit? Als Dry Hit bezeichnet man, wenn die Liquid-Zufuhr unterbrochen wird oder euer Liquid im Tank sogar komplett leer ist. Also kurz gesagt, ihr dampft in dem Moment einfach nur trockene Watte, das einfach nur wahnsinnig eklig schmeckt und kein Dampfer hat Bock auf den sogenannten Dry Hit. Bottom Airflow? Kommen wir erstmal zum Begriff Airflow. Jeder Verdampfer besitzt eine Airflow, wo der Benutzer selber einstellen kann, wie die Luftzufuhr sein soll. Das Ganze geschieht meistens über einen Ring, der stufenlos verstellbar ist. Ist die Airflow komplett geschlossen, hat man ein sehr strenges Zugverhalten, da einfach keine Luft durch den Verdampfer strömen kann. Diese Einstellung wird oft von Backendampfern bevorzugt, da man einfach so diesen Zigaretten-ähnlichen, dieses Zigaretten-ähnliche Zugverhalten hat. Ist die Airflow hingegen komplett geöffnet, strömt natürlich logischerweise auch viel mehr Luft durch den Verdampfer durch und man kriegt einfach größere Dampfwolken. Diese Einstellung wird sehr beliebt von Lungendampfern oder den sogenannten Subumdampfern verwendet, weil man einfach jede Menge Dampf aus diesem Verdampfer rauskriegt. Bei Airflows unterscheidet man zwischen zwei Arten. Einmal die Bottom Airflow und die seitliche Airflow. Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele verschiedene Arten, aber Bottom Airflow und die seitliche Airflow sind einfach die gängigsten. Bei der Bottom Airflow liegt die Airflow sehr weit unten beim Verdampfer und bei der seitlichen Airflow, wie der Name schon sagt, liegt die Airflow einfach seitlich. Welche Art jetzt von Airflow besser ist, muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Was man aber sagen muss bei der Bottom Airflow, gerade weil sie eben so weit unten ist, kann es einem ganz schnell passieren, wenn man zu viel Liquid in die Liquidwanne tröpfelt, dass einfach das komplette Liquid wieder über die Bottom Airflow rausläuft. Das sogenannte Siffen. Aber natürlich kann man auch einen Verdampfer mit einer seitlichen Airflow überfüllen. Aber da müsste man schon wirklich ordentlich viel Liquid reinkippen. Siffen? Als Siffen bezeichnet man einfach nur, wenn ein Verdampfer nicht ganz dicht ist oder einfach das Liquid bei der Airflow wieder rausläuft. Wenn ein geschlossener Tankverdampfer zu Siffen beginnt, liegt es meistens daran, dass entweder Dichtungsringe mangelhaft sind oder gar nicht vorhanden sind oder eben der Verdampfer falsch gewickelt worden ist. Abkürzung VD ist genauso wie vorher beim Akkuträger einfach nur eine Abkürzung für Verdampfer. Meine Güte, wer soll sich denn hier noch auskennen? RTA, RBA, RDTA. Ein Drip-Tipp. Als Drip-Tipp bezeichnet man einfach nur das Mundstück, was auf dem Verdampfer sitzt. Hier gibt es mittlerweile auch schon zahlreiche Ausführungen, was Farbe, was Form, was Material angeht, was die Größe angeht. Häufig werden Verdampfer auch schon mit zwei verschiedenen Größen geliefert. Und zwar dem 15er und dem 18er. Wenn man es schnell sagt, heißt das ganze 15 und 18. Also nein, es heißt 5, 10er und 8, 10er. Premium-Liquid. Als Premium-Liquid bezeichnet man einfach nur Liquid, die wahnsinnig gut schmecken. Der Begriff Premium ist nicht geschützt, also kann von jedem Hersteller verwendet werden. Wenn ich jetzt ein Liquid habe, wo ich sage, boah, ultimatives Premium-Liquid und euch schmeckt es absolut gar nicht, dann wird es für euch wahrscheinlich kein Premium-Liquid sein. Also ihr seht schon, das hängt, das ist dann wieder eine reine Geschmackssache, was wirklich ein Premium-Liquid ist und was kein Premium-Liquid ist. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass es noch zigtausend Begriffe aus dem sogenannten Dampfer-Jagor gibt. Aber ganz ehrlich, würden wir die alle in einem Video durchgehen, würden wir einfach übermorgen noch da sitzen. Aber wenn es euch gefallen hat und ihr da Bock drauf habt, machen wir natürlich gerne auch mal einen Teil 2 davon. Jetzt dürft ihr mir aber noch verraten, was war der Begriff in eurer Dampferzeit oder was ist der Begriff in eurer Dampferzeit, wo ihr einfach sagt, ich hatte keine Ahnung, wovon die Leute gesprochen haben. Schreibt mir die wirklich unbedingt in die Kommentare. Ich glaube, es könnte wahnsinnig lustig werden. So, aber jetzt lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Habe die Erde.